Yes! Oh, so weit! Videos von dem Auto aus! Und dass sie so reinfallen, ey! Richtig geil! Wir sind doch irgendwie im Fokus alles zu treffen, ey! Weißt du, was Leute denken, wenn da irgendwas um den Boden durch die Sink kommt? Ja! Was muss die Sticks da mit dem Arsch? Die Sticks da rein? Ja klar, jetzt ist sie ganz kaputt! Wenn du keinen Spitz!